Hi, wie geht es? Ich bin... Alle? Alle? Ich bin sehr fertig. Uhhh... Hi! Oh, nein! Hallo! 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 Ja, guten Morgen meine Lieben! Ich habe gerade mein Video für meinen Beauty-Channel gedreht. Aber es ist nur ein informatives Video, was sich denn in der letzten Zeit getan hat und ich in der nächsten Zeit auch vorhabe. Ja, es ist sehr aufregend für mich, wieder auf meinem Beauty-Channel zu sein. Ich habe das auch mal wieder zweimal gedreht, weil ich mir unsicher war. Ich gucke gleich, was am PC gut aussieht. Ich bin gespannt, wie findet ihr das Make-up? Uiuiuiuiuiui! Es ist total ungewohnt, auch wieder Extensions und sowas auf den Kopf zu holen. Aber es tut gut. Oh, riecht das gut! Hallo Selin, mein Schatz! Oh! Hallo Baby! Mama, habe ich nicht? Ja? Oh, war ich die ganze Zeit wahrscheinlich unscharf? Oh, habe ich nicht geklapp. Oh, meine Frau? Oh, mein Schatz! Oh, nein! Ich habe gegessen! Oh! So, meine Lieben, der Edi hat heute zwei Gänge gemacht. Einmal sind es nämlich noch die Nudeln mit Käse und irgendwie hat er was angebraten. Ich weiß es nicht genau, ob er die Nudeln angebraten hat. Ich muss ihn mal gleich fragen. Es reicht ein, dieses Mal. Ehrlich? Also die Eins, Zwei habt ihr schon und jetzt die Drei? Ja. Hm. Die darfst du mal so. Dann kann man Eins, Zwei, Zwei. Ja. Celine, komm. So, meine Lieben, jetzt hast du die ganze Zeit jetzt am PC. Ich muss das auf jeden Fall etwas besser organisieren. Denn, ja, jetzt habe ich ein Beauty-Video online gestellt. Habe ein paar Kommentare beantwortet. Habe in meinem Shop gearbeitet. In meinem Shop. Ja. Ich habe die Zähne aufgeräumt. Ich habe die Zähne aufgeräumt. Nein, nein, kannst du ihr dann auch geben. Ja, also ich habe meine Sprügelhalle vor der Celine versteckt. Ne, Celine? Ja. Ja, genau. Und ich habe mir eins genommen. Zwei Stück hast du genommen? Eins. Und für deine Schwester? Na, Schatzi? Wow. Du siehst aus. Ja, nicht so laut jetzt. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Ja. Und jetzt? Immer noch wie eine wunderschöne Prinzessin. Nein, wie eine Ballerina. Sobald ich die Kamera anmache, fängt irgendein Kind total an zu weinen. Hinter mir. Oder geh hinter mich. Geht auch. Also meine Ligi, ich habe jetzt meine Karte formatiert. Die Speicherkarte. Und, ähm, oh. Ist sie jetzt auch formatiert? Doch, sie müsste formatiert sein. Ich habe jetzt immer total viel Angst zu formatieren. Und heute war es so eine total nehmende Spur. Wegen Video drehen. Ist dann doch was anderes, wenn man auf Zeugschaden jetzt das Ganze macht. Und den Kindern gerecht zu werden. Und vor allen Dingen, was mir auch sehr, sehr fehlt, ist mit Freundinnen was zu unternehmen. Jetzt habe ich einen Termin gemacht. Beim Friseur. Und eine ganz liebe Freundin kommt mit mir mit. Andi. Ja, er hat Hose-Socken. Oh oh. Verstecken wir. Wie verstecken wir? Verrat mir keinen. Lecker. Lecker für den? Lecker. Ganz, ganz lecker. Hat der Baba super gemacht, ne? Lecker. Ja, der ist ganz toll. Was willst du jetzt mit dem Stuhl machen? Die Hände zum Himmel. Komm, lass uns glücklich sein. Ein Freund heiratst. Ein Lampartag. Echt? Ja. Bei dem ich immer die Autoteile bestelle. Ja. Das ist eines der ersten, die ich so in Deutschland kennenlernt habe. Da war das im Rheinland. Nee. Den kenn ich doch auch, oder? Den in den Lagen. Das ist ja bei Messplatzen, die war B&B. Dieser Lass. Nee. Dieser Lass. Kenn ich doch. Kann uns alle letteren. Ein bisschen. Lass die mal. Nein, nein, nein. Lass die mal. Lass die mal. Lass die mal, Selin. Nein, Schatz. Nee. Selin, wenn du mal nein sagst, dann heißt das nein. Schatz, die ist so schwer. Wenn die Kamera umfällt, ist die kaputt. Ja, die kann. Ja, die Kamera kaputt. Ja, die Kamera kaputt. Irgendwann musst du doch mal die Kamera aufkommen, ne? Hey, Mr. Wichtig. Wegen, wegen der Hochzeit. Achso. So, meine Lieben, ich glaube, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin total fertig. Baby Jan ist jetzt gerade so aufgewacht. Der Edi nimmt ihn gleich. Und ich mache mich, ja, von der Schminke muss ich mich noch befreien. Und mache mich fertig. Fertig. Gute Nacht. Hey, puppst du doch nicht in mein Video rein. Die Hatschen, wer kommt? Wie früh so sie ist. Achtung. Aaaaaaah! Ich habe schon mal kurz gesehen. Aaaaaaah!